Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tages-Taro am 15. Oktober 2017 König der Kelche Wir haben etwas vor Wir haben auch etwas vorbereitet Und wir haben ein gutes Gefühl dabei Und jetzt kommt zum Tat Wir sind von uns selbst überzeugt Und wir beherrschen diese Situation Diese Taro-Energie kann auch bedeuten Dass wir unseren Gefühlen etwas zurücknehmen Und das bleibt im Verborgenen Das heißt, wir zeigen Taten Aber weniger Gefühl Oder eine gewisse Zurückhaltung Aber es ist ein Neubeginn Und es führt zum Erfolg Und von diesem Erfolg Sind wir selbst überzeugt Diese Taro-Energie ist allgemein Möchten Sie wissen, in welchem Energiefeld Sie befinden Welchen Zeitqualität Oder haben Sie Fragen, was den Alltag betrifft Wie z.B. meldet er sich wieder Liebt er mich noch Sehe ich ihn in den kommenden Tagen Kann ich diese Arbeit behalten Bestehe ich die Prüfung Bekomme ich die neue Arbeit Kann ich meiner Kollegin vertrauen Und, und, und Es sind auch wichtige Fragen im Leben Und das zu beantworten ist wirklich nicht zeitaufwendig Und dazu eignet sich ganz gut ein Blitzberatung Das funktioniert schriftlich Sie schreiben mir ein E-Mail Können Sie Ihre Lebenssituation auch ausführlich beschreiben Ich nehme gerne die Zeit dafür Und können Sie Ihren Fragen stellen Mein E-Mail Adresse ist Blitzberatung At Denderasusannamedici.com Und ich werde diese E-Mails schnell beantworten Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro Und ein guter Rat ist immer Gold wert Und mit diesen Worten verabschiede ich mich Ich bedanke mich für das Zuschauen Mein Name ist Dendera Susanna Medici Und ich werde diese E-Mail schicken Und ich werde diese E-Mail schicken Entschuldigen bitte Das ist Denderausannende Entschuldigen dich Und mit diesen E-Mail Bekomme dich Ich werde diese E-Mail